Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Trails of Tucana von Ilif Svensson und Christian A. Özby vor. Das Spiel ist im Pegasus Verlag erschienen und für 1-8 Personen ab 8 Jahren geeignet. Eine Partie dauert ca. 15-30 Minuten. Trails of Tucana gehört zu den Flip-and-Ride-Spielen. Das heißt, es werden Karten aufgedeckt und entsprechend den Karten macht ihr Eintragung auf eurem Spielblock. In jedem Zug zeichnet ihr einen Weg ein, um Dörfer miteinander zu verbinden oder Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Beginnen wir mit dem Spielmaterial. Ihr bekommt einen Spielblock mit Vorder- und Rückseite, 27 Geländekarten, 13 Aufbaukarten, 10 blaue und 5 rote Bonuskarten. Ich erkläre jetzt die Spielregeln anhand der Isla Petit Variante. Am Ende stelle ich die Unterschiede zu der Isla Grande Variante und zum Solospiel vor. Vor einer Partie erhält jede Person ein Blatt und einen Stift. Die Geländekarten werden gemischt und zur leitenden Person gegeben, die im Laufe des Spiels das Aufdecken übernimmt. Die aufgedeckten Karten gelten für alle gleich, es ist somit egal, wer die Karten aufdeckt. Anschließend deckt ihr eine Aufbaukarte auf und übertragt die Buchstaben in die Felder der Dörfer. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Person die Buchstaben genauso einträgt, wie sie auf der Karte angegeben sind. Alle anderen tragen sich die Buchstaben um jeweils eins versetzt ein. Die erste Person trägt sich in diesem Fall also das D in das nördlichste Dorf ein, die zweite Person in das zweite Dorf und die dritte Person in das dritte. Hierdurch hat jede Person einen leicht anderen Spielplan und die Personen können ihre Züge nicht einfach voneinander abgucken. Außerdem nehmt ihr 5 blaue Bonuskarten und legt sie in die Tischmitte. Spielen 2 bis 4 Personen nehmt ihr die Karten mit der 2 in der oberen Ecke, spielen 6 bis 8 Personen verwendet ihr alle blauen Karten, legt allerdings dieselben Buchstabenkombination übereinander. Die roten Bonuskarten werden nur benötigt, wenn ihr eine Variante spielt. Auf diese gehe ich am Ende des Videos ein. Kommen wir jetzt zum Spielablauf und den Regeln. Ein Spiel wird über 2 Runden gespielt und jede Runde beinhaltet 13 Züge. Nach jeder Runde findet eine Wertung statt. Jeder Zug besteht aus 2 Phasen. In der ersten Phase deckt die leitende Person 2 Geländekarten auf und sagt diese laut an. In der zweiten Phase trägt sich nun jede Person einen Weg ein. Dieser verbindet 2 benachbarte Felder die den aufgedeckten Geländekarten entsprechen. Wurden beispielsweise Wasser und Wüste aufgedeckt könnt ihr hier einen Weg machen. Der Weg kann überall auf der Insel gemacht werden und muss nicht an einen bestehenden Weg angrenzen. Wird eine Joker Karte aufgedeckt dürft ihr euch für diese Karte ein beliebiges Gelände aussuchen. Oben links auf dem Block findet sich außerdem eine Übersicht über die jeweilige Anzahl der Karten im Stapel. In jeder Runde bleibt allerdings eine Karte unbenutzt. Nachdem ihr einen Weg eingetragen habt endet die Runde und ihr überprüft ob ihr Dörfer verbunden oder Sehenswürdigkeiten entdeckt habt. Wenn ihr Dörfer mit denselben Buchstaben verbunden habt kreist ihr euch das entsprechende Feld auf eurem Block ein und erhaltet sofern ihr diese Dorfkombination als erstes verbindet den Bonus von der blauen Bonuskarte. Diesen tragt ihr ebenfalls auf eurem Block ein und legt die Karte anschließend zur Seite. Innerhalb eines Zugs können mehrere Personen dieselben Bonuskarten bekommen. Sobald eine Karte aus dem Spiel ist gibt es für die jeweilige Dorfverbindung keine Bonuspunkte mehr. Beim Spiel mit fünf bis acht Personen gibt es zwei Bonusstufen so dass mehr Personen eine Chance auf einen Bonus haben. Kommen wir jetzt zu den Sehenswürdigkeiten. Verbindet ihr beispielsweise das Buch mit einem Dorf kreist ihr euch das linke Buch Symbol auf eurem Block ein. Schafft ihr es im Laufe des Spiels auch noch das zweite Buch zu verbinden und kreist ihr auch das rechte Symbol und bekommt neben den Punkten auch noch einen Bonusweg. Das heißt ihr dürft irgendwo zwei beliebige Geländearten miteinander verbinden. Habt ihr 13 Züge absolviert und es liegt nur noch eine Geländekarte auf dem Stapel kommt die Zwischenwertung. Jetzt rechnet ihr die Punkte die ihr für die Sehenswürdigkeiten bekommen habt zusammen und tragt sie euch hier auf dem Block ein. Anschließend mischt ihr alle Geländekarten zu einem neuen Nachziehstapel und die zweite Runde beginnt. Am Ende der zweiten Runde rechnet ihr erneut alle Punkte für Sehenswürdigkeiten zusammen und tragt sie hier ein. Wichtig ist, dass die Sehenswürdigkeiten aus der ersten Wertung wieder mitgezählt werden. Es ist somit sinnvoll früh Sehenswürdigkeiten zu sammeln, da sie doppelt gewertet werden. Anschließend tragt ihr euch noch die Bonuspunkte und die Punkte für verbundene Dörfer ein und rechnet alle Punkte zusammen. Wer am meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt die Person, die mehr Bonuspunkte gesammelt hat. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Anpassungsmöglichkeiten und Spielvarianten. Benutzt ihr die Isla Grande fällt auf, dass die Insel größer ist. Die Spielabläufe und Regeln bleiben großteils gleich. Allerdings spielt ihr diesmal über drei Runden. Außerdem gibt es jede Sehenswürdigkeit dreimal. Um den Bonusweg zu bekommen, braucht ihr auch alle drei Sehenswürdigkeiten. Beim Solospiel verwendet ihr nur die fünf blauen Bonuskarten, die in der oberen Ecke eine zwei stehen haben. Nach der ersten Runde werden alle verbleibenden Bonuskarten gemischt und zwei aufgedeckt. Alle übrigen Karten kommen aus dem Spiel. Bei Isla Grande geschieht dies erst nach der zweiten Runde. Liegen zu dem Zeitpunkt ohnehin nur noch zwei Karten aus, entfällt der Vorgang und die Karten bleiben einfach liegen. Am Ende des Spiels könnt ihr eure Punkte mit der Tabelle aus der Anleitung vergleichen und sehen wie gut euer Spiel war. Gefallen euch Bonuspunkte, dann könnt ihr bei der Spielvorbereitung zusätzlich noch die roten Karten mischen. Beim Spiel mit zwei bis vier Personen deckt ihr eine und beim Spiel mit fünf bis acht Personen zwei Karten auf. Wer zuerst die gezeigten Sehenswürdigkeiten miteinander verbinden kann, erhält den entsprechenden Bonus. Diese Variante ist allerdings nicht mit dem Solospiel kompatibel. Wollt ihr etwas mehr Abwechslung im Spiel haben, könnt ihr den Aufbau, also das Eintragen der Buchstaben in den Dörfern anpassen. Erstens können sich alle Personen dieselben Buchstaben eintragen. Zweitens könnt ihr die Buchstaben gegen den Uhrzeigersinn eintragen. Und drittens kann die leitende Person vorab eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen und das eigene Eintragen dann bei dem Dorf mit der genannten Zahl beginnen. Alle übrigen Personen tragen ihre Buchstaben dann wieder um 1 versetzt ein.